Folge 11 Überlebt haben wir die Nacht heute Jetzt bin ich hier Mal schnell drücken, was in der Bude hier ist Wo ist ein Vater? Nein, 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 nein Da sind die Fenster Das ist mir Mir Ja, Mehl und Schießpulver nebeneinander Hm So, so. Hm. Das mache ich. Das ist so. Das ist so. Ich hoffe, nein, du noch. Hm. Hm. Bin ich hier schneller. Hier durch. Gucken wir's an. Hilfe mache ich von der Spitze auf. So wie jetzt außen ist. Ist hier keiner drin. So. Ich sehe sie nicht überall. Ich sehe sie nicht zusammen, sondern ich sehe die Höhe. Ich muss sie fast anschauen. Ich bleibe das. Sie sind auf dem Zettelkopf. Jetzt das ist es mir zuv欄. Ich habe die Höhe. Hey, ich bin ein Glückspilz. So, ich hab nen Hammer. Dafür möchte ich den nicht. Fällt das weg. Das mach ich alles so. So. Ah. Die Tür muss ich jetzt selber rühren. Das ist ja schlecht. Ja, das finde ich ja nicht schlecht. So. Alles. Alles. Ich schmeiß jetzt selbst die Möge weg. Oh, wieder Trump. Das ist schon eine Freude dabei. Das sieht zufällig n bisschen besser. Ja. Jedenfalls ist es wahrscheinlich auch hinter ner Böde ist. Wenn ihr auch nur weg. Ja. 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 Eins. In der Möge enthält. Oh, Shit. ARD Text im Auftrag von Funk Das ist nur das Spiel, fein E-Shirt. Ich weiß, ich hiechig. Ich muss den. Gibt Nacht. Das ist aber nicht schlecht. Ich hab dir nichts dafür. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr verletze. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr verletzeiere. Wir sind total genau. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Das hat sich alt und diese Waffe sicher lohnt. Schmeiß ihn ja gut rein. Einläscht. Teilt Platz. Was soll ich damit? Das sieht auch noch unter das Wichtigste. Das ist hier mal was. So. Hab ich da noch was? Also fast wie ein... ...tompletter T-Bot. Das ist hier mal unten bei. Bring mir bei. Und... Hm. 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 Ein paar Dosen. Futter. Bisschen Wasser. Bier. Öl. Saar. Höööööööööööööööööäuxöööööörde. Joo. Öl définne ide jál. Ich weiß, ich sollte so viel Wasser nachher mitschleppen. Ja, ja. Oh, ich bin zuerst. Ja, da würde ich mehr zum Essen machen, mehr kann ich sonst Töpfe Das habe ich mit einzeln, das habe ich mit einzeln Gut. Ja. Hm. Ja, da hab ich ne Menge. So. So. Ein normaler Bandage. Zwei. Detaille. Und. Verkleppen. Hm. Ein normaler Bandage ist. Ich weiß genau nicht, nur warte, oder? Soll ich dich für'n Dreh-paar Opfern... aber jetzt nur nicht. Ach du weh... und das wollen wir dir immer größer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich mach' die Tore noch. Bleib' ich schon wieder länger, wie ich wollte. Tja, sieht's aus. Planen geändert. Wir bleiben noch was, die hier noch in die Holzfelder leiden. Und da ist auch noch was, was ich holen will. Nachdem beende ich jetzt schon mal die Folge. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Token.